hallo hallo ich gehe wieder was oder will jemand alles andere jemand anders schafft auf medik hier kommen wir sind die legenden jetzt kommt na gut dann machen wir es noch bei der leite man kann eh nur hier spawnen also nur zu spät sollen wir rein spawnen oder nicht spricht es gerade noch ab folgendes ja jetzt sind schon viele gespawt wir uns noch den logitruck bis auf drei also logitruck ist striker genau der rest bitte in den striker besten gleich an der fahrer irgendwie rifleman oder so oder automatic rifleman aber wir fahren direkt billetsch setzen die vor der strike versucht uns deckung zu geben besten ich setze dann mal wenn möglich ich bin Bitte anders jemand gar nicht, ich bin sauschleicht auf der anderen Seite. Nein, wir machen nicht. Ja, kann ich machen, aber ich wechsel mal in die Plätze. Mit den F. Achso, okay, alles gut. Wir rechnen auf jeden Fall mit einem Raster-Village. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall rechtzeitig den Rallye setzen. Das ist meine Aufgabe. Wir brauchen einen Fahrer. Der Striker von den Zoom-Movemark Infanterie sitzt ab und ihr macht euch gleich auf Kontakt. Feindkontakt, bereits. Richtung Village. Wir brauchen einen Fahrer. Ja. Vielleicht müssen wir raus. Ja, dann eine raus. Goal ist, Goal ist. Oh, ihr Assis. Moin. Schnell einer, Felix. Hallo. Hallo. Eine FMS drücken, bitte. Es geht los, wir müssen los. Alles klar. Wir müssen mich los. Was ist mit Ober? Willst du da jemand rauslassen? Nein, nein, das ist Mascot 5. Mascot 5. Alles klar, okay. Wir kümmern uns um Village. Das warnt, okay. Das warnt, okay. Was ist mit der Flüten. Was ist mitgemacht? Das war's. Wer von euch ist Rifleman? Soll ich mir wirklich cap'n, ja ne? Ja positiv positiv, gebt mir ein kurzes Bescheid ob ich mit dem Lodgy rein kann. Ich muss nicht der Movemarker bleiben. Da sie nicht verarscht haben, könnt ihr euch frei bewegen. Versucht eine gute Position zu bekommen, wo ich den Norden abdecke. Ich fahr jetzt zwei Leute bei mir bei Village. Noch einer zum Squadling Leute. Jo, das wird ganz gut sein. Ok, Lodge bitte entladen. Ne, das ist fast nicht, Alter. Jetzt bin ich als AT hier drin, weißt du? Jo. Jo. Ja, weißt du, ganz im Ernst wird noch grad ein Rifleman drin sitzen. Wenn wir das jetzt durch, dann setzen wir direkt den Striker auf. Der Striker kann sich schon zu uns bewegen. Kann es sein, dass die Fahrzeuge langsamer geworden sind oder kommt mir das nur so vorn? Okay, alles aufsitzen. Der Striker fährt jetzt die Westentour entlang bis zum Movemarker. Lodge kommt bitte auch nach. Kapitän. Kapitän. Wo geht's hin? Der Hälfte. Westlich fahren. Der Striker fährt jetzt Richtung Westen. Wirklichst weit westlich fahren. Und direkt bis zum Movemarker. Lasst's. Hier. Das ist Kupra. Auf. Vers. Entsicht. Du bist. Du bist. Du bist. Der Stryker bevor er einfährt, fahr mal kurz links ran, irgendwo wo es geschützt ist und umsetze ich trotzdem noch einen Stryker-Rally. Ja, es reicht, Dennis, mit mir aussteigen. Komm kurz mit. Okay, Stryker fährt vor, Dennis und ich kommen nach. Einer bitte noch alles in seiner T. Wird geschossen, wird geschossen, Apploch. Einer muss ins Fahrer-Ding wechseln. Bin unter Beschuss, geht aus dem Marktgret heraus. 40 Grad. Ne, ist unsere, sorry. Der Stryker fährt direkt zum Schwert, Mackie. So, bis auf Fahrer und Schütze, alle absitzen und versucht mal einfach den Compound zu halten. Hi, Guys. Ah, der Stryker schießt angeblich auf Friendly, also passt ein bisschen auf mit Friendly Fire. Ist das sicher für den Lodgy? Kann ich mal, ja. Ah, das müssen Sie dann sagen. Ist das clear, der Compound? Beim Market kommen auch sporadische Schüsse, aber äh, äh, äh... Kannst du gut sehen? Kannst kommen. Ja, ich halte auch hier. Kannst du fahren. Ich setze schon das Radio, du kannst dann gleich supplyen. Zwei zu mir. Ey, sagt mal an, wenn ihr was seht, dann schießen wir auch drauf. Jo. Schnell, ich brauche zwei mit mir, Leute. Jo. Feinkontakt, 120 Grad. Willst du noch eine Führung? Ähm, negativ, äh, stellst den Lodgy irgendwo beim Movemarker ab, relativ, so dass er geschützt ist. Copy. Let me solve this, let me solve this. Gut, der Striker bringt sich irgendwo da beim Movemarker in Position, versucht aus der West-Richtung zu sichern. Ich baue euch da noch eine Revearbox, damit ihr euch reparieren könnt. Ähm, da ist eine Lod ungefähr 100 Meter östlich vom Marker. Also, Vorsicht, der Striker hat der Light-Dainty-Tanks direkt bemarkelt. Schon zwischen Marker und dem Movemarker sind die. Oh ja, die hat erwischt, die haben mich down gemacht. Ich bin down. Richtung, beim Striker direkt neben dem Striker. Also, pass auf, Striker, die haben, äh, Option hier. Versuche jetzt ab, äh, und kannst. Nee, die sind nicht close. Ja, bitte. Okay, gut. Ist eine Revearbox hier drin, Striker. Äh, geht, geht noch, geht noch. Ja, Striker, zieht sich wieder zurück zur Revearbox. Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Nice Gut, I kill you. Wir gehen dann direkt Richtung Move Marker Der Rest versucht auch Richtung Move Mark zu gehen Ja, I don't see anything Bis auf den Striker, der kann sich natürlich frei bewegen Wer jetzt down ist, bitte warten, ich setze gleich einen neuen Rally Der Striker versucht nicht bei uns in der Nähe zu sein Ihr lenkt die Gegner automatisch zu euch Also versucht ihr Da habe ich den Westen Oder von dort, keine Ahnung Dann kannst du da beim Ruch was Okay, wer jetzt noch nach vor bis, bitte direkt auf Market Luftlinie direkt Richtung Market Ich setze einen neuen Rallye an Sobald ihr sterbt, spawne ich mit dem Rallye nach Wir kommen sofort, ich muss aufmodizieren und wir müssen die Kiste aufbauen, ich bin sofort da Wir kommen sofort, ich muss aufmodizieren und wir müssen die Kiste aufbauen Ich werde noch nach一定en und wir müssen aber nach oben aufdem mehr Ich werde mich nach unten Ich werde mich bei euch auf jeden Fall Kiste aufbauen Und du bist da einfach nicht Ich werde mich für die Kiste aufbauen Ich werde mich für dich auf was wo genau direkt an der nordseite ich könnte was haben 150 grad und die medik aufpassen direkt kontakte östlich von euch ich habe eine logie vor mir siehst du das bei mir ist noch ich verstehe jetzt die zweite logie logie ist an Schau mal kurz 149 da Die Richtung Warnschwein Richtung 149 Market Court auf dem Dach lag einer Ich meine was Ok in meine Position Also da ist noch mindestens ein oder zwei auf Market Auf deiner Pose oder wo? Auf Power-Asposition ja direkt auf der Market In dem Haus drin? Ja in dem Hof genau Ich habe auch Norden vor dem Market Habe ich auch Position Nice Squadly durch euch und mir sind in dem Haus Was sind Leute? Tio ist es möglich nach mich zu beweifeln? Sehr gut Jo Jo, ab und zu mal ein bisschen Ja es möglich durch mich auch Mindestens zu zweit Ich versuche es gleich Ich hole gerade jemanden an Ja das stimmt Ist das unser Grenadier der da schießt? Vorsicht nach und direkt hier in Kontakt Ähm Jo 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 Ich habe noch gespielt Da gab es keine Fahrzeuge Gibt's hier bei dir? Da haben wir einen Kontakt Jo das mach Ja bitte Es kommt dann natürlich hoch Am Gebäude ist gerade eine Treppe aufgelaufen Jo Jo also nicht Tag für Tag Aber immer halt dabei geblieben weißt du Jo das war lustig Alter Musst du so den ganzen Weg laufen ey Es hat richtig Spaß gehabt Nichts mehr zum Sporten alles Direkt hinter dir Skullider Jo also ich bin jetzt exakt Bei meiner Leiche Aber hab ich schon 1000 Stunden auf dem Bocke Ein bisschen gesuchtet die Scheiße Jo ist auch geil Definitiv ja Und absolut konkurrenzlos In dem Bereich Ja dass es halt in der Richtung gibt ist ne Wie heißt es? Project Reality Ja da komm ich nicht mit dir auf meine Leiche Ja gut Aber das ist ja hier die im Endeffekt Ja Stufe Weiter Sozusagen Jo Ja und ihr Posts Cryptum kommt noch ne Ja Da war es ja von den gleichen Leuten Richtig ja Also von irgendwie einer Tochterfirma oder so Aber passiert ja auch so gut Ja ich hab runter um Gegner Ja du merkst dann Du bist das gleiche ne Ja Aber da freu ich mich auch übrigens drauf So Zweiter Weltkrieg Geil Norden ist glaube ich relativ clear Ich hab jetzt zwei ausgeschaltet und sehe nichts mehr Okay so verstanden SC du hast östlich in den Compounds auf jeden Fall noch Kontakt Ach Gibt's doch nicht Vor uns vor uns Direkt markiert ich bin down 70 Grad im Feld 70 Grad 75 Da ist nur ein Aigner Da ist ein Aigner Ich bin wirklich versucht direkt in den Cap Bereich von Market zu kommen Der ist sehr klein Das ist glaube ich nur dieser Compound hier Obwohl jetzt der Schwert Market gesetzt ist Also wenn wir es schaffen da rein kommen Alle Gegner zu clearn und das zu halten Dann haben wir Market eigentlich schon Quasi durch Fuck No ich bin down hier Komm weiter Richtung Südlich Komm Richtung Squad Lead 2 Also Richtung unserer Squad Lead Wann da im Feld? Ah da ist eine ganze Menge im Feld Direkt oder was? Kann ich nicht mal sagen aber irgendwo da Er ist close gewesen Er ist weit gelaufen Timo hast du schon Richtung Schwerdmark Ich will jetzt wieder Im osten Feld kommt eine ganze Menge Infantry rein Zu euch Alles klar ich hole jetzt noch einen Dann darf ich Ich hab gleich aber noch einen Verband Genutzt die Chance in den Cap direkt zu gehen Schwerdmarker Die Riflemen bauen bitte zu mit einem Ball. Ach, ich hab sie direkt angebracht, was ich direkt am Schwert macke. Das ist durch das Feld, das war mit Infanterie. Ich hab die unterdrückt mit dem Striker. Krieg ich ihn wahrscheinlich jetzt überrum. Bauer, gib durch, wenn du Kontakte hast bei dir. Esquote 1 kommt jetzt rein und unterstützt euch. Ah, nicht fahren, nicht fahren. Fahrzeug, pack. Jetzt fahr weg, ne. Das ist AT, AT, schieß uns. Ja, wir haben nur die Hälfte, beide verhauen. Deswegen. Esquote 1 gibt jetzt schon. Das heißt, versucht jetzt alle nicht zu gehen, wie es noch am Leben ist. Ja, wir kommen. Wir haben ein Feindfahrzeug bei District. Haben hier fast zerstört, müssen uns aber zurückziehen. Weiter noch ATs im Patron. Wir verlieren unsere FOP-Color. Wir verlieren unsere FOP-Def. Striker, vielleicht kannst du noch was ausrichten. Ja, wir schauen mal. Wir müssen uns überlegen. Ich auch nicht, aber die haben wir Hub-Akte gebraben. Ja. Ja, ein Akte zu mir. Okay, gar nichts. Genau, ihr Rally sitzt. Der jetzt bei mir mit Rally. Geh du mal in die Gun, ich steig mal aus. Pass auf, hier ist ein Sniper. Der Rest bitte geht weit auf Market. Direkt auf Market Capzone. Das ist jetzt Infanterie drin, beim Radio. Ich glaube, der kriegt nicht weiter. Jetzt wirklich alle, die jetzt nicht mehr da sind, direkt auf Market in Capzone. Wir müssen das jetzt neutralisieren. Ja, die graben ab, die graben ab. Wir cappen, wir cappen. Also, wir die cappen. Der ist umstanden. Ich habe bei dem Radio... Bei dem Radio habe ich einen ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob da noch einer ist, aber die können, glaube ich, aktuell nicht graben. Ja, sehr gut. Radio geht wieder rauf, ja. Wo soll ich rein schon? Stryker ist fast verarscht, muss ich zurückziehen. Rally-Nuxen zum Thronen direkt auf Market. Wir haben fast neutralisiert. Wir brauchen wieder Supplies. Achso, okay. Supplies. Fährt jemand freiwillig? Kann ich gerne tun. Ich guck mir gerade, wo einer steht. Da sind noch Kontakte, Stryker. Vorsicht, direkt bei unserer Hub. Lodgy wurde in der Main gerade weggenommen, vor einer Transquad. I kill you, versuch bitte die Hub wieder aufzuschaufeln. Ja, der Typ lebt noch. Wie weit ist der Cap in Market? Ein Viertel. Es wird weiter gegraben. Es wird weiter gegraben. Beim Radio. Okay. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich gerade beim Radio. Okay. Es ist westlich. Ich kenne dich jetzt. Es bewegt mich. Scott lead, der Lodgy wurde aus der Main von einem Atrizquad genommen. Das bin ich. nicht auf mich schießen ja, Fop ist schon weg, das ist jetzt vorbei ja aber wir haben gleich Markets ok, sehr gut wir cap'n aber langsamer ok, Killio versucht einmal möglichst lang den Gegner hinzuhalten der Striker zieht sich zurück zum Main reparieren oder zum Village aber ihr könnt euch mal zum Village ich kann euch in die Repairbox setzen und ihr nehmt mich wieder mit das geht glaube ich schneller das bin ich, bin ich ja, das sind auch wieder Leute der wirft da gerade Smoke und pusht Dennis und Dennis und der andere, der direkt auf Markets gehen geht wirklich in den Cap-Bereich wir müssen das jetzt so verpacken wir haben es jetzt gecapt per weekend direkt so, drei ok nice ok, Killio, wir spawnen auch bei mir mit Village rein ich setz da eine eine Repair Station ach, scheiße ok, das sind keine Surprise da kommt gerade ein Notch vorbei ja, ich glaube, der ist nicht für uns, leider und der Fahrt drauf vorbei enemy ist klaut Proton, I killio, ob der bin ready, rein spawnen wieder auf Markets verteidigen ich bin im Compound, der Reli ist weg Reli ist weg ah, Striker könnt ihr mich noch kurz bitte wieder dazu ein Move machen ich setze dann eine Rallye für das Squad äh ok wir gehen Modifiers, wir gehen, wir sind hier, auf Markets ok, so schnell ihr müsst da doch Infanterie von Norden reinbücken ok oh, der ist wirklich lange gegangen, guys das ist das dummste, wir haben uns auf Feuer hier steht entweder ein Sport oder ein Logi vom Gegner ah, sorry, Quatsch, das ist unser MRAP, alles gut feindlicher, bitte, er ist auf Westley auf District Center, soll ich den hier angehen? ähm ähm, als AT ja 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 neuer Rally kommt in einer Minute, vielleicht ist die Hub vorher fertig bei Markets, dann könnt ihr auch bei der Hub rein spawnen ich werde den Rally direkt zwischen Markets und District auf diese Insel setzen ja Jungs, kommt mal bitte hier in den Mittelpound dann sind wir in der Capzone ja alle die jetzt nicht nicht AT sind aber die direkt auf den Cap von Markets und sichert die Eingänge einfach ab und geht durch, wenn Kontakte auf Markets sind BTR kommt Nordöstlich rein Mörser wieder Mörser Mörser hier in der Mitte rein, hier in der Mitte rein komm hier rein Dennis, komm hier rein feindfahrzeug nördlich Market die Mörser stehen auf District, ich höre sie schießen Mörser ok, wer jetzt down ist kann man schon bei der FOP rein spawnen 5-2-2-3-5 direkt auf den Schwertacker, wenn ihr respawnst ok, die schießen mit Weibersern auf uns ja, bleibt einfach in den Gewinn, dann seid ihr sicher ich brauche noch einschießen, kann einer bei Melln rein spawnen? ja, mach ich dein Fahrzeug nördlich willst du jetzt mal Gannon? ich bin angekommen ähm, jo, klar, warum nicht, danke jo Dennis, kannst du mich holen? ich bin im Haus die Lage sieht schwer aus ey, das war gerade so knapp was meinst du? ich sag, das war gerade so knapp echt, ja? jaja, fast krepiert, ey das war wirklich, also nichts mehr gehabt ok feindfahrzeug, feindlicher BTR, ja ja, BTR, viel nah aus mittlerweile ok, wir haben Kontaktnerd ja, das stimmt, ja die haben aufgehört, geschließt, gegen die Gebäude und wartet, bis der Gegner reinkommt ich hab eine andere Runde, ich glaub zwei Rakete reingauen auf die BTR fährt Richtung West der andere war vom Team also, man scrollt noch zwei und kann noch einer und hat noch eine Rakete raufgehauen das Ding jetzt hochgegangen versuch mal eine Ammo-Quade zu setzen ok aber ich hab auch gehört mit V-10 ist es teilweise ein bisschen buggy also, man hat manchmal sogar Fahrzeuge die unsterblich sind ich bin ganz im Norden die irgendwie rumpacken oder so ich bin ganz im Norden ich bin ganz im Norden weil vier Raketen oder so darf nicht normal sein also copy ich hör deine Kette irgendwo im Norden ja ja, Nord-Nord-West Einhalt-Ratze Einhalt-Ratze Achtung, wir haben Kontakt auf der Nord-West-Seite vom Markt Ja gehen wir mal nach der Kette gucken im Norden mal wer mag es? weiss ich bin da direkt auf meiner Leiche ja ein ganzes beim Squadley wer jetzt noch am Leben ist auf dem Markt, bitte bleibt am Leben die kommen jetzt gleich Richtung Westen rein ui da 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 haben wir hier am AT im Feld gehabt wo ist das Fahrzeug? ah ja da hat sich vergründet wir haben eine 5BTR in District weg machen wir so aus dass wir jetzt einen Leute abknallen ey oh fuck warte mal hinter uns oder so hinter uns irgendwo ja wo hinter uns ich versche mal eben nach Norden wir haben nur eine bis jetzt passiert haben noch 18% ja machen wir eben äh Zeitwechsel Squadley setzt die Ammo Crate bitte in den Market rein das müssen dann noch in der Range sein weiss jemand wo das Feinfahrzeug ist? ist das im Norden noch bei Market? wir haben Infanty auf jeden Fall noch in den Westen Feinfahrzeugen und dann keines ich kann es dir aber nicht genau sagen ich kann es dir aber nicht genau sagen irgendwo hier muss das Feinfahrzeug sein hier äh wo ist denn die Kette? hinter uns äh rechtsseite oh fuck alter ne noch weiter noch weiter wie ist denn den auf? boah keine Ahnung was ist denn das? noch weiter noch weiter ja genau da da ist er gleich Feindkette am besten zerstört im Feld war vor uns noch was Ammo Box 6 direkt auf Market sag mir einfach wenn ich zurückfahren soll oder irgendwas schau grad noch ein bisschen aber ich kann es erkennen durch das ganze Gras hier ja ja ich ziehe uns am besten mal zurück die Kette haben wir jetzt zerstört da gucken wir mal nach dem BTR auf District oder? jo da werde ich mal bei District von Süd beziehungsweise von Osten anfahren alles klar und so fort wurde angeschaft fahrzeug vor uns da ist auch infatrix gerade gespawnt ich zerstomme eben in rallye teamo und raking bleib zurück der rest kommt mit mir wir müssen die haben ist aber irgendwie auch schwierig braucht mehr leute bei mir ja das hätte ich hinkriegen sollen richtig fucking bad ich habe schon mal ein ganzes fahrzeug von meinem team hochgehaft aber das ist die hüble erheblichkeit im fahrzeug da kann man einfach sagen ach war dann irgendwann trist ich komme mit dennis und darf keinen ähm da bei 270 ja genau ja 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 das ist besser ja so 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 fahrzeug dann fahrzeug Warte mal, ich mach mal ein Schwenk Richtung Nord-Osten, das soll ja Infanterie sein Wir haben wieder Kontakt bei Market Da muss man so hin, dass sie einen guten Schuss wegen Gas Kannst du sie gut einsehen, die Flanke? Ja, wir müssen jetzt liegen bleiben Das ist schon ein bisschen strikt Squad, wenn ihr Unterstützung braucht von uns und Striker aufmarkelt, sagt Bescheid Gerade Feindfahrzeuge und so Du siehst nichts, oder? Ich glaube doch, doch Ich glaube doch, doch 257 da, da kam gerade schon viel Drei Stück oder so mindestens Okay Sollen wir zurück zu Market? Ja, wieder zurück in den Cap Ja 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 Ich würde sagen, wir pushen mal Market Ja 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 Oh, warte mal, war da gerade rechte Seite? Die Straße da hinten, war da was? Oh, von innen. Durchs Fenster, glaube ich. Einzerschütztes Fahrzeug. Ah, okay. Haben wir noch einen Medik mir? Nee, das ist doch, ich bin down. Scheiße, jetzt bin ich auch down. Sollen wir in der FOP gehen? Und dann mit Squad 4 zusammen wiederholen. Respawnen, respawnen. Hey. Ich brauche nur einen, der mit mir Richtung Süden wegläuft. Ich brauche einen Backup-Rally. Ein Stückchen vor, Stückchen vor. Ich brauche den Nordwestlich von Market Flag in den Gebäuden, ist ein MG. Okay, ein Kill, du kommst bitte zum Market, der Rest versucht Market zu clearn. Ein Stück, ein Stück. Stopp, stopp. Habt ihr südlich der Hub-Kontakt noch? Ja. So weit ist erstmal nichts. Ja. Ja, scheint so süd-westlich an der Hub. Bitte fahren. Äh, nee, westlich an der Hub. Dann fahren wir da mal lang. Ich brauche jetzt einen bei mir beim Movemark. I kill you. Lächter. Lächter. Ey, ich sehe ihn ja nicht bei einem Power. Ich auch nicht. Stryker, wenn du dich irgendwo positionierst, äh, bei dem Movemark. Beziehungsweise relativ viele Kontakte aus Richtung Westen. Oder eventuell haben die dann einen Rally oder so. Äh, okay, verstanden. Da an der Mauer, äh, rechts. Oder sind das unsere eigene? Ich sehe es nicht. Äh, es sind unsere. Unsere, ja, okay. Wir pushen mal die Westseite entlang. Okay. Dasmaat, was du an, den Aufmerksam ist? Wir stellen uns mal West außerhalb, so dass die Ostflanke dort Ok, der westliche Compound ist clear Ok, für den Striker, wir haben dir direkt eine Repair Station gesetzt beim Aufmarker Ok, danke Musst du nachladen? Ja, ich hab noch ein bisschen was, wenn ich schlecht Alles klar, machen wir das Wir sind eh gerade irgendwie nicht los Ja Ja Ja, das ist unser Fahrzeug Ja Ja Das wird glabern Ich wäre, als wäre es nur unser Nee Hat der noch Feindfahrzeuge? 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 Ja Nice Ok, passt Mit Money? Jo, fahren wir ein Stück nach vorne Jo, schöne Sicht eigentlich ey Jo Ich glaube die ganzen Feinde sind wirklich mitten in Destruct-Barriere-Pop halt Wahrscheinlich Jo Jo Jo, zeig den Arm nicht mehr an Gerade hat er noch angezeigt, ist nicht mehr Jo 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 Norden, Norden wird angekippt Ja, oh, okay Weich mal aus Oh, hier, kriecht einer hinter uns jetzt weg Vor uns ist bereit was Jaja, der kriecht hinter uns jetzt auf Lüge Wo in Norden? Nordwesten? Noch weiter? Drei Stück Oh, okay Ja, wir haben aber nicht viel passiert, alles gut Okay, ich werde mal neu anfahren zum Süden Gottlieb, ähm Norden von District Haben wir ja richtig viel Infanterie, die jetzt noch in District reinkommen Kannst du in deinem anderen Spot Bescheid sagen Ja, mach ich dann Für den Spot Werden wir nochmal von Süden unten anfahren Da oben ist zu viel Feind Jo Ey, die haben beide so nebeneinander Und haben sich angeguckt, weißt du Tag bis sie fast gleich Oh, wie sieht das nicht, ey Ja genau, kennt mehr selber Das Gefühl Kann doch irgendwo die Kette sein Wahrscheinlich Aber Power, vielleicht zumal Im Augenmarkt könnt ihr den Kompons Hat doch so Nee Hm, ich sehe sogar was Aber sehr weit weg Okay Kette, oder? Nee, Infanterie 350 Grad Die konnte ich einmal kurz gerade sehen 350, ah, da hinten, okay Ja, da sind sie Ja Ja, da gehen wir aber auch von Süden ran Boah, das ist ja nämlich schön Und der sie, ey Irgendwo ein Sniper Und du hast einen fetten Turm gebaut Im Epoch-Modus Muss erst mal suchen, ey Okay, wir haben einen Feind Hauptzerstört bei District Nur Wald 360 Grad, Alter Das heißt, die sollten da gappen Und dann können wir eventuell gleich Auf Stormwind weiter verrücken Stopp, 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 stopp Nice Good game, guys Sauber Sehr schön gespült Good game Gut gespülte Aufwenden, das war mir eine Ehre Spectrum Spectrum